In der Recycling-Sendung des heutigen Abends begrüßen wir am Telefon Joachim Bruns. Brun, Joachim, guten Tag. Ja, hallo. Ich glaube, ich kann auch Jochen sagen, oder? Ja, doch. Das ist, glaube ich, so die Umgangssprache, die du kennst. Hat sich leider so eingebürgt. Leider, okay. Joachim Brun, seit vielen Jahrzehnten unterwegs in der Publikation linksradikaler Literatur und Texte, Vorträge, anti-deutscher Proveillance, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ja, was sagst du dazu? Ja, also ich weiß nicht. Also erstmal heißt es nicht Provenience, sondern Provenienz, nicht? Aha. Da sehen wir schon wieder, wie die Deutschen neidisch auf die französische Hochsprache schielen, weil sie doch viele Dinge dort importieren müssen. Es ist aber oft, ohne es jetzt persönlich zu meinen, so recht nicht können. Und das Zweite ist eigentlich, dass ich mich als Anti-Deutscher zwar schon irgendwie angesprochen fühle, dass ich aber doch eher darauf bestehen würde, ja, vielleicht als linksradikaler und Kommunist bezeichnet zu werden, weil ja die Anti-Deutschen jetzt nicht Spezielles erfunden haben, sondern nur die vernünftigerweise gebotene Konsequenz aus einem Ernstnehmen des marxischen Materialismus gezogen haben. Und dass das so verpönt ist, ist ja auch wieder ein Indiz für die chronische Aufklärungsverweigerung gerade der Linken hierzulande. Also danke fürs Kompliment, aber so richtig fühle ich mich nicht gebauchpinselt. Okay, man kann ja auch sagen, nicht vollständig wiedergegeben. Ja, das auch. Du bist, wie wir selber jetzt nochmal gemerkt haben, als wir so in dem vorletzten Transmitter einen Text von dir veröffentlicht haben, wirklich seit Jahrzehnten unterwegs und keineswegs erst mit der Wende 1989 in die eben skizzierte Rolle geraten, sondern hast schon früh, wenn ich das so verstanden habe, bereits auch während des Studiums damit begonnen, aus dem Studium unter anderem Karl Marx eine Konsequenz zu ziehen, die nicht unbedingt linker Mainstream gewesen ist, sondern... Nun ja, ich meine, das wird natürlich bedeuten, dass man jetzt mal eintritt in eine Art Bestandsaufnahme, was es eigentlich bedeuten soll, links. Das ist eine lange Geschichte jetzt, aber ich denke, am kürzesten kann man es vielleicht bei der Frage beantworten, wie war das möglich, dass nach 1989 eine so lupenrein stalinistische Partei wie die SED sich rückstandslos in vulgäre Sozialdemokratie zurückverwandelt hat. Wenn man vielleicht diesen Rücksturz des Stalinismus in seinen Urgrund Sozialdemokratie etwas beleuchten würde und die auch damit zusammenhängenden Auffassungen vom Staat, dann würde man auf die Frage kommen, was ist eigentlich links in Deutschland und ist das nicht einfach nur der linke Flügel der Nation und zutreffender gesagt der parlamentarisierten Volksgemeinschaft, wo sich eben alle im Götzendienst des Staates und der Souveränität vereinen und weder von Marxen Staatskritik noch von der mit ihr doch sehr verwandten Staatskritik des Anarchismus sehr viel zu tun haben. Vielleicht kann man das so charakterisieren. Ja und da bin ich doch sehr interessiert, dann gleich mal einzusteigen, also in wie tatsächlich eine solch stalinistische, neostalinistische Formation in so eine originäre Sozialdemokratie sich zurückverwandeln kann. Ja, das hat, denke ich, zwei Aspekte. Erstens einmal den Staatsfetisch als solchen, wie er aus der bürgerlichen Gesellschaft notwendigerweise entsteht. Dazu hat ja Johannes Angioli in dem im Saira Verlag verlegten Buch Der Staat des Kapitals das Nötige gesagt. Und zweitens den Nationalkult, der damit unmittelbar zusammenhängt. Man muss ja auch erstmal historisch sehen, dass die deutsche Sozialdemokratie trotz verschiedener Bemühungen im Nachhinein ihre Geschichte zu renovieren, von Anfang an eine lassalianische Partei gewesen ist, die auf der ganz falsch verstandenen hegelischen Staatsvergötterung aufbaut. Ferdinand Lassalle ist der Urvater der Sozialdemokratie und es wurde von Anfang an die Marxische Staatskritik ignoriert. Das ist dann das, was im August 1914 hervorbricht und was die SPD natürlich niemals losgeworden ist. Also dieser Mythos, die SPD sei jemals eine marxistische Partei gewesen, ist schon deswegen falsch, weil sie die Marxische Kritik an der Form Partei grundlegend ignoriert. Und das ist genau der Lassalianismus, der dann nachher von den Leninisten übernommen wird und 1917 in Russland in der ersten sozialdemokratischen Planwirtschaftsrevolution der Geschichte zum Durchbruch kommt. Man weiß ja, dass Lenins Begeisterung für die Deutsche Post kein Zufall gewesen ist, dass eben der Staatskult dort bis zum Äußersten getrieben worden ist, was eben in der Geschichte nur Leute wie Anton Panneko, Direktekommunisten, Rosa Luxemburg und einige wenige andere klar gesehen haben. Von daher ist es auch verständlich, dass in demselben Augenblick, wo eine lassalianische, etatistisch-sozialdemokratische Macht verloren geht, der Rücksturz in die, ich sag mal, friedlich-schiedliche Staatsillusion stattfindet. Und ich finde es irgendwie ganz symptomatisch, dass der Anführer dieses Rücksturzes, Gregor Gysi, von Hause aus Jurist ist. Also der Sozialismus in Deutschland ist sowieso zur Beute der Juristen geworden und in der Person Gysis gibt es eine ganz schöne kleine komische Fußnote, dass der Juristen Sozialismus gegen den Marx und Engels nun wirklich zu Recht agitiert haben, hier wieder zum Vorschein kommt und dass noch Gysi dort, wo man vielleicht etwas Gutes an ihm finden könnte, etwa in seinen letzten Statements zu Israel, immer noch von der Staatsräson spricht und den absurden Satz wagt, die Sicherheit Israels gehöre zur deutschen Staatsräson. Also diesen Staatsfetisch werden die Leute einfach nicht los. Ja, jetzt möchte ich sozusagen zweigleisig fragen. Zum einen interessiert mich schon nochmal detaillierter die Entscheidung innerhalb der deutschen Sozialdemokratie für in diesem Sinne den lasalianischen Kurs. Der war ja nicht unumkämpft und unumstritten. Es gab die Kritik des Gota-Programms und es gab einen Flügel, Bebel, Liebknecht, also Senior, Liebknecht Senior, die gebrochen, aber doch auch dem, was zu entgegenzusetzen versucht haben. Das wäre die eine Schiene, die andere. Bei Lenin später taucht ja auf, dass er den Staat der Kommunen, die Sowjets, die Räte, als Übergangsstaat sich vorgestellt hat. Vielleicht kannst du zu beiden Aspekten nochmal Details vorstellen. Ja, vielleicht zum Ersten. Ich meine, du weißt auch, dass das Stich des Gota-Programms erst viele, viele Jahre später veröffentlicht worden ist. Nein, das habe ich zumindest dann vergessen. Ja, also die Kritik spielt im historischen Prozess überhaupt gar keine Rolle. Und zweitens ist es eben so, dass gewissermaßen die lasalianer die Lücke in der marxischen Kritik gewissermaßen ausnutzen, dass es eben bei Marx nicht zu der im ursprünglichen Arbeitsplan des Kapitals vorgesehenen sechsten Band zur Staatskritik gekommen ist, sondern dass es eben bei Andeutungen mehr oder weniger geblieben ist. Was nun Bebel Liebknecht betrifft, das ist ja nun eher der kleinbürgerlich-volksparteiliche Charakter der Sozialdemokratie, der in Sachsen und Thüringen ausgebrütet worden ist. Und dass diese Leute natürlich dann auch an der Vorbereitung des 4. August ihre große Rolle spielen. Das ist klar. Da hat man schon das Phänomen sehr früh, was heute mit diesem politischen Armokläufer Jürgen Elsässer ausgedrückt worden ist. Es ist vielleicht vergessen worden, dass zu den größten sozialdemokratischen Kriegsbefürwortern 1418 ehemalige enge Genossen von Rosa Luxemburg gehört haben. Etwa der sozialdemokratische Reichsrechtsabgeordnete Paul Lentsch, der vor 1914 ein entschiedener Anhänger Luxemburgs war. Und dann anfängt die Ideen von 1914 hoch zu jubeln, um vom Weltkrieg als Weltrevolution zu sprechen. Das ist das eine. Also dieses Grenzgängerphänomen, dieses Armoklaufphänomen, wo man nie weiß, es ist Dummheit oder Geltungssucht. Beim Ältesten wahrscheinlich beides. Das prägt die Sozialdemokratie doch zutiefst. Und ich will jetzt nicht schweigen von Gestalten wie Gustav Noske, Kurt Schumacher und den anderen. Was nun Lenin betrifft, denke ich, dass natürlich diese Formulierung der Sowjets nie mehr war als eine billige Agitationsparole. Was man historisch sieht in der Entscheidung, die Kommune von Kronstadt niederzuschlagen 1921 und was man theoretisch, glaube ich, auch zeigen könnte an seinem Hauptwerk Staat und Revolution. Es ist eben kein emanzipatives Ideal, dass jede Kirchin den Staat leiten soll, sondern es soll gar nichts mehr zentral zu leiten geben. Das ist der Unterschied, vielleicht in ein Bild gefasst. Okay. Ich würde zu diesen beiden Punkten an dieser Stelle vielleicht nochmal so Tipps zur Literatur von dir hören. Gerne. Ja, ich meine, zu der Frage Lenin hat der Saira-Verlag, das war unser Beitrag zur Deutschen Wiedervereinigung 1991, eine Textsammlung vorgelegt mit dem Titel Marxistischer Antileninismus. Das sind gesammelte Texte der Linkskommunisten Anton Pannecock, Hermann Gorter aus dem Jahr 1919, 20, 21. Und dazu ist auch ein aktuelles Vorwort geschrieben worden, was diese Kritik bedeutet im Zusammenbruch des östlichen Staatskapitalismus. Das kann man recht gut lesen. Und zur Kritik der Sozialdemokratie, ach, da ist eine solche reichhaltige Literatur, dass ich dann doch eher empfehle, gleich den Gustav Noske zu lesen. Da hat man nämlich das kritisierenswürdige auf den Begriff gebracht, wenn Noske etwa 1947 in seinen Memoiren schreibt, die ostjüdischen Marxisten hätten den Marxismus in eine Geheimwissenschaft verwandelt, die den Arbeitern gar nicht zugänglich ist. Die hätten praktisch diese ostjüdischen Marxisten aus Galizien, das ist klar, Hermann Großer Luxemburg, hätten daraus eine Revolutionsrabolistik gemacht und damit sei das Gefühl des deutschen Arbeiter, da ist guter Lohn für gute Arbeit verloren gegangen. Dann sieht man doch, was die Sozialdemokratie in einem ihrer führenden Repräsentanten für eine Vorstellung hatte von Marxismus. Alles andere kann man gut nachlesen, in den Schriften von Karl Korsch, insbesondere in seiner Kritik an Bernstein und an Kautsky. Karl Korsch. Karl Korsch. Karl Korsch hat 1938 einen Text über Karl Korsky geschrieben. Karl Korsch stirbt 1938 ja in Holland im Exil und Korsch hat ihm eine Art theoretischen Nachruf gewidmet, wo eigentlich alles drin steht und dann kann man höchstens noch, wenn man gerade diese etatistische Linie für den Ersten Weltkrieg näher sich angucken möchte, zu dem Buch des Rätekommunisten Willi Huhn greifen. Das heißt, der Etatismus der Sozialdemokratie zur Vorgeschichte des Nazifaschismus. Okay, man merkt dem Text, den wir im Transmitter in der Oktoberausgabe veröffentlicht haben, der von dir vor 30 Jahren ca. geschrieben worden ist und publiziert worden ist, an, dass du schon vor drei Jahrzehnten eine genaue und nicht nur historische Untersuchung der marxistischen Geschichte oder der Ideengeschichte oder wie immer das zu beschreiben wäre, gemacht hast. Ich würde das ganz sympathisch finden, wenn du an dieser Stelle deinen eigenen theoretischen Entwicklungsweg so ein bisschen skizzierst. Bin ich schon so alt, dass man mich so etwas fragen muss? Nein, darauf zielt die Frage nicht, sondern das zielt auf die Frage oder mit dieser Frage ziele ich so ein bisschen darauf hin. Das Material, aus dem das zu schöpfen ist, hat dir vor drei Jahrzehnten bereits vorgelegen und liegt auch heute vor. In einer Phase, wo, sagen wir, eine theoretische Haltlosigkeit wahrscheinlich und mindestens eine theoretische Orientierungslosigkeit zu konstatieren ist. Nun, ich meine, ich hatte das Glück, in meinem Studium auf einen knochenharten rechten Sozialdemokraten als Professor zu treffen. Nämlich Heinrich August Winkler, der ja später dann auch Säuberungskommissar war an den Universitäten Ostberlin. Und das war ein sehr guter Kenner der deutschen Arbeiterbewegung, insbesondere Gustav Noskis natürlich. Und der hatte den Marxisten voraus, dass er Marx gelesen hatte und seitenweise aus dem Gedächtnis Marx korrekt zitieren konnte. Und dann sah man eben im Seminar, wie sich die ganzen Maoisten, also in den späten 70er Jahren, gerade in Freiburg, der KBW war recht stark, wie sich die ganzen Maoisten trotzkisten und versuchten, an dem Sozialdemokraten abzuhampeln. Und sie schafften es nicht, den Kerl argumentativ zu widerlegen. Das war schon sehr beeindruckend. Ein sozialdemokratischer Geschichtsfälscher wie Winkler, der noch nie eine Zeile geschrieben hatte zum Antisemitismus in der Sozialdemokratie. Und dann diese ganzen Stalinisten, die die SPD und ihren marxistischen Kern, das Erfurter Programm, leninistisch beerben wollten. Das war eine Situation, da konnte man nur zum Adorno greifen, um dann nachher, wenn Winkler und die KBWler miteinander fertig waren, eben den Adorno rauszuholen, den Horkheimer rauszuholen und insbesondere, was die Faschismus-Theorie anbetraf, den Alfredsson-Rätl rauszuholen. Da konnte man gut was lernen. Und da hat sich das Ansaugen der Literatur gewissermaßen automatisch gegeben aus der Angst gegenüber diesem Professor nicht bestehen zu können. Und nichts treibt ja mehr zur Lektüre als Angst. Steile These. Aber auch vorstellbar für mich, wie das gewesen sein muss und kann. Was genau hat in dieser Phase dich fasziniert oder angesprochen bei Adorno und Horkheimer? Insbesondere, dass sie, und das konnte man eben in den damals auch schon inflationär verbreiteten Schriften der Arbeiter-Thümler eben nirgends lesen, dass die Kritik des Kapitals erst dann für vollständig gehalten wurde, wenn sie um eine Kritik der Arbeiterklasse ergänzt wurde. Also ohne eine Kritik der Arbeiterklasse, in der sich die Tendenzen des Kapitals spiegeln, gibt es keinen kritischen Begriff der Totalität des Kapitalverhältnisses. Und das hat dich, also das springt mich jetzt wiederum an, hat dich ja wahrscheinlich für diesen Artikel oder Aufsatz, den wir im Transmitter auszugsweise veröffentlicht haben, besonders inspiriert. Die, nicht nur, dass man den Mythos der Arbeiterklasse sozusagen, oder das, was so vorgeblich erhofft worden ist von der Arbeiterklasse als Mythos immer mehr gezwungen war zu erkennen, insbesondere wenn man sich die Frage stellt, wo war sie dann 1933, die Arbeiterklasse. Und dann eben, wie du das dort beschrieben hast, die Veränderlichung der nationalsozialistischen Prinzipien, insbesondere Vernichtung durch Arbeit. Ja, also da spielen zwei Dinge eine Rolle. Erstmal noch einmal der Staatsfetisch der Sozialdemokratie und der niemals durchdrungene Kult ihres Kampfes für das allgemeine gleiche und geheime Wahlrecht. Das war ja das, was vor 1914 die SPD in Wirklichkeit motiviert hat. Der Kampf für das allgemeine Wahlrecht, das heißt der Kampf für die egalitäre Teilhabe an der Formulierung des Staatswillens. Und diese Teilhabe an der Formulierung des Staatswillens, die hat der Nationalsozialismus, und das Wort hat Hitler, man kann es in meinem Kampf nachlesen, ganz bewusst so gewählt, wie er auch die Nazifahne mit Rot, Weiß und Schwarz komponiert hat. Dieses Bedürfnis hat der Nazifaschismus direkt angesprochen. Damit war die Arbeiterbewegung politisch, theoretisch und auch sozial liquidiert. Da konnte dann die Deutsche Arbeitsfront zum Legitimen und von den Arbeitern, auch als dieser legitime, aber anerkannte Ausdruck dessen werden, wofür sich die Gewerkschaftsbewegung unter der Fahne von Gleichberechtigung von Kapital und Arbeit, Wirtschaftsdemokratie, vielleicht noch als Fußnote, diese berühmte Wirtschaftsdemokratie, die ja bis heute von Elmar Altvater und anderen bei Attac gerne wieder aufgewärmt wird, brachte es in Weimar immerhin zur paritätischen Besetzung des Reichsgefrierfleisch-Ausschusses. Also ein glänzender Fortschritt der proletarischen Bemühungen um Gleichheit von Arbeit und Kapital. Und in dieser Situation hat der Faschismus geschafft, man könnte sagen, in einer Bewegung des doppelten Bonapartismus, die Arbeiterparteien zu zerschlagen, aber zugleich den Inhalt der Arbeiterbewegung, das ominöse Recht auf Arbeit, sich anzueignen und zu kooptieren. Also eine Situation, wie sie August Thalheimer im historischen Prozess 1930 beschrieben hat, im Verhältnis von Faschismus und bürgerlicher Klasse und bürgerlichen Parteien, in Analogie zu den marxischen Analysen der 1850er Jahre in Frankreich, wo gesagt wird, Napoleon III. Bonaparte zerschlägt zwar die bürgerlichen Parteien, aber nur, um das Kapitalinteresse umso reiner zu formulieren. Also eine dialektische Bewegung. Und dieser dialektischen Bewegung ist der Traditionsmarxismus, man lese nur den schaurigen Georg Dimitrov, niemals inne geworden. Und weil sie dem nie inne geworden sind, hat dann der spätgeborene Antifaschismus gewissermaßen zur höheren Beweihräucherung der wunderbaren Geschichtsbewältigung Deutschlands beigetragen. So gesehen ist dieses berühmte Manifest von Buchenwald 1945 auch nur ein Beitrag zur Geschichtskletterung. Darauf wollte ich in dem Artikel den Finger gelegt haben. Und du hast eindrucksvoll auch dargelegt, wie darin die Überlebenden wiederum zum Opfer gemacht werden, wenn ihr Leiden so stilisiert wird als Instrument einer solchen Auseinandersetzung. Das ist eben den deutschen Linken in keiner Weise auszutreiben, der Versuch der Sinnstiftung am Opfer. Es muss um jeden Preis versucht werden, auch noch die Massenvernichtung irgendwie in diesen geschichtsphilosophischen Plan einzubauen. Und da das nicht zurecht gehen will, weil sich die Sache selber dagegen sperrt, wird es entweder verdrängt, abgespalten und vergessen, oder es wird sekundär über diese Widerstandsgeschichte eingeholt. Und dann war es eben so, dass man in den 70er Jahren noch, als man noch solche Altkommunisten bei DKP oder bei den maoistischen Parteien sehen konnte, die standen auf der Straße, verkauften die rote Fahne und erzählten von Thälmann. Da waren wir natürlich als Primaner ganz begeistert. Nachher privat sagten sie, ja, wir waren im Spanischen Bürgerkrieg. Und wir hätten diesen Krieg gegen die Faschisten gewonnen, hätten wir die Trotskisten nur energischer Liquidität und die Anarchisten auch. Das war der Antifaschismus der stalinisierten und der sozialdemokratisierten Arbeiterbewegung. Dann möchte ich nochmal zurück zu einer Passage von vor fünf Minuten circa, als Noske von den galizischen Juden gesprochen hat. In diesem Zitat von Gustav Noske. In dem Zitat von Noske, der Antisemitismus der Linken, der Arbeiterparteien, der ja auch in der KPD, wir hatten das gerade gestern hier in einer Sendung nochmal versucht herauszuarbeiten, so manifest war. Wir haben in dem aktuellen Transmitter einen Text zur Geschichte des Bund, des jüdischen Bund im östlichen Zerristischen Reich. Bei der Feststellung, dass der Bund in dem speziellen Verteidigungsinteresse der Jüdinnen und Juden in Osteuropa nicht ernst genommen worden ist, um es milder auszudrücken, schon in der SDR PR. Und haben das formuliert in der Schlussfolgerung, dass es dem Marxismus, also diesem parteiförmigen Marxismus, an Universalität gemangelt hat. Was würdest du zu so einer These sagen? Das würde ich absolut unterschreiben. Ich meine, was den Antizionismus betrifft, wird ja am 6. November, habe ich zufällig gesehen, in Hamburg der Olaf Kistenmacher ein Tagesseminar geben. Insofern kann man sich da ja, da der Experte für Antisemitismus und Antizionismus in der Arbeiterwegung spricht, sich eigentlich weitere Ausführungen glatt ersparen. Aber man muss halt sehen, das ist auch ein Erbe, das im Interesse des, ich sage mal ganz stenogrammatisch, im Interesse des Materialismus muss man den Marxismus abtun. Und in diesem Marxismus ist eben auch noch ein schlechtes Erbe an Hegel drin, die Lehre von dem Volksgeist. Dass also ein bestimmtes Volk den Fortschrittsgeist in einer bestimmten historischen Epoche verkörpert. Diese schräge Auffassung führte ja Marx und Engels dazu, schon in den 1850er Jahren von den Slaven als Völkerabfällen und als geschichtslosen Völkern zu sprechen, gegen denen das Preußentum die Fahnen des Fortschrittes führen würde. Das hat Klaus Törner in seinem Buch vor einigen Jahren auch bei Saira erschienen. Also bitte entschuldige die viele Verlagswerbung. Das macht gar nichts, weil diese Bücher auch in meiner Sicht sehr, sehr wertvoll sind. Und da hat Klaus Törner eben die ganzen Südosteuropapläne des deutschen Kapitals von der Pauskirchenversammlung bis zum Ende des Nazifaschismus dargelegt. Und hat ein sehr interessantes Kapitel über Marx und Engels Haltung zum, wie sie sagen, reaktionären Slawentum. Und ich denke, dass da ein Nationengedanke transportiert wird, der dann nachher in diesem absolut reaktionären, leninischen Selbstbestimmungsrecht der Nation wieder vorkommt. Und wie es Stalin, damals noch getreuer Schüler Lenins, von ihm nach Wien geschickt, um die Minoritätenpolitik der österreichischen Sozialdemokratie zu studieren. Dort 1907, glaube ich, war es dieses Buch Marxismus und nationale Frage schreibt, das zur Bibel geworden ist. Dieses ganze stalinistische Lügenpakt bis hin zu den Antizionisten von heute, wo die Juden einfach nur eine künstliche Nation, Zitat, genannt werden. Im Gegensatz zu organischen Nationen, die ansonsten das zaristische Vielvölkerreich bevölkern. Und da kommt es her, also schlechter Hegel, von Marx nicht kritisierter Hegel, von Lassalle im Staatsfetisch weiter verschlechterter Hegel, nachher von den Leninisten und Stalinisten in dieser völkischen Manier aufgenommen. Und dann kommt es natürlich gleich 1920, vielleicht noch als Ergänzung zu der Frage von vorhin, wie man sich zur bolschewischen Revolution stellt. Schon 1920 kommt es ja dazu, dass diese Parole, Arbeiter aller Länder, vereinigt euch, erweitert wird. Und nun heißt es, Arbeiter aller Länder und unterdrückte Völker, vereinigt euch. Und schon 1920 erlaubt es die Kommentaren dem türkischen Staat, Atatürks, die türkische kommunistische Partei abzuschlachten, nur weil die Türkei als erster Staat die UdSSR außenpolitisch anerkennt. Da sieht man also, an diesem Beispiel sieht man, denke ich, ganz gut, wie schon sehr früh diese bolschewistische Revolution sich als eine bürgerlich-sozialdemokratische enthüllt. Und gewissermaßen mit zwei Subjekten spielt, Arbeitern und Bauern und Völkern einerseits und andererseits den Spagat zwischen diesen beiden Subjekten dadurch löst, dass beide als Subjekte liquidiert werden und sich an ihre Stelle diese despotische Partei setzt, die man vielleicht eher in Begriffen der orientalischen Despotie beschreiben könnte, als in Begriffen einer bürgerlichen Gesellschaft. Wenn, äh, wieder zwei Fragen, aber ich stelle diesmal nur eine davon, äh, die, es gibt in Deutschland die Auseinandersetzung zwischen Moses, Hess und Marx. Zwischen wem? Moses, Hess und Marx. Moses, Moses, Hess hat sinngemäß, kann ich das nur wiedergeben, mal formuliert, dass, äh, solange es keine jüdische Nation gibt, keinen jüdischen Staat gibt, ähm, die, äh, Juden immer ausgeliefert sein werden, insbesondere in Deutschland. Und, äh, dazu gibt es eigentlich keine Entgegnung von Marx, keine, äh, und es gibt dann einen Bruch zwischen den beiden. Weißt du dazu? Also der Bruch zwischen Marx und Moses, Hess kommt nicht deswegen. Moses, Hess schreibt ja sein Buch, äh, Rom und Jerusalem, Rom und Jerusalem, die letzte Nationalitätenfrage, nach meiner Kenntnis, erst in den frühen 1860er Jahren, ne? Wo der Kontakt längst abgerissen ist, und der Kontakt triff ab, äh, weil Marx und Engels sich eben gegen den proletarischen Frühsozialismus, äh, gestellt haben und ihn als utopisch bezeichnet haben. Es ist ein Phänomen, was allgemein vorkommt, dass der Kontakt 48 abbricht. Das sieht man insbesondere auch an dem, äh, Bruno Bauer, dem Marx hier seine Schrift zur Judenfrage 1842 gewidmet hat. Dieser Bruno Bauer wird nach 1848 zu einem der führenden frühen Vernichtungsantisemiten Deutschlands, er lebt ja bis 1884. Dieser Linkshägelianer wird später zum engen Freund von Theodor Fritsch, der den berühmten Antisemitenhammer herausgibt, ne? Und wird zum frühen Einpeitsch. Also die Entwicklungslinien dieser Linkshägelianer sind doch sehr verschieden. Und was Moses Hess anbetrifft, hat er zwar Zeit seines Lebens an der Arbeit der Bewegung teilgenommen, hat auch in Köln den, äh, ADRV LaSalle's mitbegründet, ist aber gewissermaßen in eine, ich sag mal, romantische, äh, Geschichtsauffassung geraten, was sicherlich der Undurchdringbarkeit deutscher Verhältnisse geschuldet ist. Immerhin hat er damit eine der ersten Formulierungen jüdischer Staatlichkeit geliefert, die in vielem doch sehr bedenkenswert ist, wenn auch ihr Fundament, also die politische Ökonomie dieses Judenstaates, eigentlich eher eine frühsozialistische Utopie darstellt und, denke ich, eines angemessenen Kapitalbegriffs völlig ermangelt. Das ist das Ungleichzeitige an vielen dieser frühen jüdischen politischen Emanzipationsversuche, dass einerseits die Hoffnung auf Assimilation von der bürgerlichen Gesellschaft negiert wird und zurückgewiesen wird und dass andererseits ihr eigener Gesellschaftsbegriff in eben diesen Schranken doch verbleibt. Das ist ein Dilemma, wofür man aber Theoretiker wie Moses Hess genauso wenig verantwortlich machen kann wie etwa den Arnold Pinsker oder nachher dann auch Theodor Herzl selber. Ich habe das, oder erinnere mich periodisch immer wieder daran, weil es in dem Silberner Buch einen Hinweis darauf gibt, dass Moses Hess die Vernichtung der Juden geahnt hat, viele Jahre, 50 Jahre vorher, dass ihm das als Möglichkeit bedrängt hat. Und was da, als ich diese Stellen gelesen habe, mich dann immer wieder umgetrieben hat, die Frage, warum sind das so wenige, die diese Voraussicht besessen haben? Oder warum umgekehrt der Marxismus oder die Arbeiterin-Parteien diese Sensibilität, wenn sie sie schon nicht selber besessen haben, dann doch zumindest so weit an den Tag gelegt haben, dass sie das Denken dieser Menschen aufgenommen haben? Das ist die schwierigste Frage, nur überhaupt. Also jetzt diese Bemerkung von Moses Hess kenne ich nicht. Vielleicht kannst du mir mal gelegentlich nachweisen, wo ich das nachlesen kann. Ich meine mich zu ändern in diesem Edmund Silberner Band zur Geschichte des Antisemitismus. Ich habe es aber leider jetzt auch gerade nicht ganz... Ich könnte mir vorstellen, dass der Moses Hess das in der kritischen Wendung schreibt gegen diesen französischen Frühsozialisten und Anarchismusbegründer Pierre-Joseph Proudhon. Weil das ist nach meiner Kenntnis der erste und auch der erste Sozialist, der glib und klar sagt, die Abschaffung des Kapitalverhältnisses. Er meint aber darunter nur, dass man endlich ein gutes Geld haben muss ohne Zins. Dass diese Befreiung des Geldes vom Zins nur durch die Vernichtung der europäischen Juden hindurch geschehen kann. Das ist ein in der Anarchismusgeschichte auch sorgsam beschwiegenes Kapitel mindestens ebenso sorgsam beschwiegen wie der Antisemitismus von Bakunin selber. Und das andere ist, denke ich, dass man, dass gewissermaßen die Sozialisten und Marxisten darauf trainiert waren, die Negativität des Kapitalfortschritts zu übersehen, indem sie eben, und das ist, denke ich, das frühsozialistische Erbe in Marx, was dann bis zum Leninismus sich durchhält, indem sie eben das Kapital fälschlicherweise begreifen als eine Art entfremdete Selbstdarstellung der Arbeitskraft oder der gesellschaftlichen Arbeit. Das heißt also, das Kapital kann tun, was es will. Es ist als List der Vernunft dieser Selbstentfaltung der Arbeitskraft immer trotz aller Leiden, die es verursacht, hier Marx ja auch im Kapital drastisch beschreibt, analysiert, trotz all dieser Leiden, die es verursacht, ist es in letzter Instanz, auch so ein magisch-matistisches Wort, ist es in letzter Instanz doch eindeutig mit historischem Fortschritt und Vorbereitungen des Sozialismus als Totalvergesellschaft und der Arbeit konnotiert. Und deswegen muss der Antisemitismus chronisch abgespalten werden. Und eine Abspaltung, die nachher dann sehr populär geworden ist, war ja Bebes Formulierung vom Sozialismus der dummen Kerle, wo der Antisemitismus dem vom Kapital angeblich dem Verschwinden zugeführten Kleinbürgertum als eine Notwehrideologie gegen das Kapital zugeschrieben wird. Das sind alles Mechanismen, wo man um jeden Preis versucht, die Positivität des kapitalen Fortschrittes zu behaupten. Vielleicht kann man den theoretischen Grund in diesem fetischistischen Blick auf das Kapitalverhältnis fassen. Ja, krass. Das ist ja auch eine Sichtweise, die dann letztendlich erst durch die Studien von Mosche Postone, dessen These auch sehr, sehr viele Mängel hat, unter anderem auch die vollkommene Ausklammung der Staatsfrage. Aber im Prinzip hat Postone zum ersten Mal ökonomiekritisch fundiert, was die kritische Theorie über den Antisemitismus ja immer schon ins Zentrum gestellt hatte. Etwa, wenn es bei Adorno heißt, der Antisemitismus ist nichts der bürgerlichsten Gesellschaft Äußerliches. Er gehört unmittelbar zum Kern. Und Saschismus sei nichts anderes als der Umschlag der Gesellschaft der Freien und Gleichen in das Unrecht durch die Gleichen. Also er hat diese Dialektik der repressiven Vergleichung, die im Kapitalverhältnis angelegt ist, als im Kern antisemitisch und rassistisch denunziert und kritisiert. Und das ist ein Verständnis, was dem klassischen Marxismus, der längst zur Ideologie der Kontra-Revolution von links geworden ist, natürlich systematisch fremd ist, umso mehr als er die Versuche, sich das Kapital von Marx heute anzueignen, nur von Sozialdemokraten geleitet werden. Etwa von dieser famosen Das-Kapital-Lese-Bewegung, die diese PDS-Studentenvereinigung SDS angerät hat. Wo dann führende Marx-Verunstalter wie Wolfgang Fritz Haug oder Elmar Altvater, die seit 40 Jahren hier das Meinungsklima zu Marx bestimmen, unmittelbar als Tutoren und Anleiter auftreten. Da werden aber nur wissenschaftliche Hilfskräfte für die Parlamentsfraktion der Linkspartei herangezüchtet. War hier in Hamburg jüngst auf einer Veranstaltung auch zu besichtigen. Damit sind wir vielleicht 1989 folgende angekommen. Man könnte ja meinen, dass solche Arbeiten, wie du sie in den Jahren davor bereits und dann in den 90er Jahren geleistet haben und vorgelegt haben, für ein solides theoretisches Rüstzeug der Linken nach 1989 hätten sorgen können. Warum ist dem nicht so? Ja, wahrscheinlich deswegen, weil sie es als theoretisches Rüstzeug begriffen haben. Also man wollte ja in der Perspektive Adornos keinen Werkzeugkasten für jedermann bereitlegen, gerade auch nicht für Akademiker, aus dem man sich nach irgendwelchen Zwecken bedient. Also ich denke, was die jetzt hier in deinem Statement so, was du eben gesagt hast, mit dem theoretischen Rüstzeug. Ist denn überhaupt der Marxismus eine Theorie? Oder haben nicht vielmehr die linken Intellektuellen ihn zu einer Theorie gemacht, weil sie partout nicht mit seinem Charakter als einer subversiven Kritik leben können und leben wollen? Weil sie vielmehr ein Interesse daran haben, Diskurse zu basteln, ein Interesse daran haben, die Spaltung von geistiger und körperlicher Arbeit um jeden Preis durchzuziehen. Ich meine, es war ja so, die ML-Gruppen der 70er-Jahren, das waren alles Studenten mit der Hoffnung, Bürokraten zu werden in einer sozialistischen Planwirtschaft. Der ML war immer ein Angebot für linksbürgerliche Intellektuelle, ihre Privilegien, insbesondere die Spaltung der geistigen und körperlichen Arbeit, zu retten und fortzusetzen. Insofern denke ich, dass schon diese verdinglichte Sprache vom theoretischen Instrumentarium, ich habe neulich einen Aufsatz gelesen zum Verhältnis von Foucault und Adorno, wo sich die Autorin wirklich schon der Überschrift enttarnt hat. Sie meinte, Adorno und Foucault eine an sich unmögliche Begriffskombination, die doch einmal versucht werden soll. Also Begriffe sind Lego-Bausteine für diese Leute, mit denen sie eben akademische Konstrukte zusammenbasteln und wenn ich eine besonders in meinen Augen widerwärtige Gestalt, die den gegenwärtigen Diskurs beherrscht, anzugeben hätte, würde ich etwa auf Ingo Elbes 600-seitiges Fleißschweißwerk Marx im Westen zu sprechen kommen, wo es jemand schafft, 600 Seiten über die Marx-Rezeption zu schreiben, keinen einzigen kritischen Gedanken zu fassen, was eigentlich den Wert des Buches für seine Reputation nicht nur nicht mindert, sondern auch mich glücklich macht, weil ich als fauler Mensch endlich mal einen ordentlichen Zettelkasten habe, wo ich nachschlagen kann, wer, was, wann, wo, zu wem, wieso und warum geschrieben hat. Also das ist diese intellektuelle Ideologie, dass die Begriffe nicht an sich eine Wahrheit oder Unwahrheit ausdrücken, sondern dass es Instrumente sind, die man in Begriffskombinationen Lego-Baustein-Kastenartig kombinieren kann. Und ich denke, dass dagegen, also deswegen ja auch die kritische Theorie von der Deutschen Linken quasi organisch, wenn man das so sagen möchte, abgelehnt worden ist. Weil mit dieser Kritik lässt sich nur der Abscheu vor den Verhältnissen ausdrücken, aber nicht in eine theoretisierbare, brauchbare, diskursfähige Form überführen. Insofern ist es kein Wunder, vielleicht noch als Nebenbemerkung, dass in den frühen 70er-Jahren in DKP-Verlagen eine große Masse von aus der DDR importierten Schriften gegen die kritische Theorie erschienen sind, die alle einen leicht, einen mühselig verborgenen antisemitischen Unterton haben. Das müsste man auch mal genauer untersuchen. Okay. Ich war gerade geneigt, so als sie es wahrscheinlich auch zu dir durchgedrungen ist, zu sagen, das wiederhole ich dann jetzt nochmal, Zettelkästen scheinen ohnehin das Instrumentarium eines bestimmten Umgangs mit Theorie, wie du ihn beschrieben hast, zu sein. Zettelkästen. Was sagt es über die Gegenwart aus und über den Zustand dieser Gegenwart, wenn man den kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuschmeißen, unter denen der Mensch ein rechtswidriges und verlassenes Wesen ist, wenn man diesen kategorischen Imperativ, der doch eine Evidenz von Vernunft schlechthin ist, erst noch hunderte von Seiten durchbegründen muss. Der Auslöser dieses Begründungszwangs wird aber von den Akademikern systematisch nicht reflektiert. Ich will mal ein Beispiel geben, wie das funktioniert. Wir alle kennen und lieben Joachim Hirsch für seine unermesslichen Bemühungen, den Begriff des Fordismus in die Öffentlichkeit zu prügeln und daraus eine Gegenwartstheorie zu basteln. In keiner einzigen von den vielen Büchern, wo Hirsch diesen Fordismus Begriff breit trampelt, findet sich auch nur die geringste Erwähnung dessen, dass Henry Ford der erste war, der in Amerika in großen Auflagen in englische Übersetzung die Protokolle der Weißen von Zion vertrieben hat. Jeder, der einen der berühmten Gin Lizies kaufte, bekam die Protokolle der Weißen von Zion gratis dazu. Keine Zeile davon, dass das Bild von Henry Ford auf dem Schreibtisch von Adolf Hitler stand. Keine Zeile dazu, dass Henry Ford das war, der das braune Haus in München der NSDAP finanziert hat. Also schon, man merkt schon, wie diese deutschen Akademiker die Geschichte zu fälschen gezwungen sind, um ihren Zettelkasten überhaupt anzulegen und die deutsche Geschichte vergessen zu machen, beziehungsweise zur Fußnote zu machen. Genauer gesagt, ist den Historikern zu überlassen. Und jeder weiß, wenn er auch sonst nichts weiß, dass Historiker die denkbar ungeeignetsten Individuen sind, einen Begriff von Geschichte zu erarbeiten. Ja, also das mir Joachim Hirsch Sinnbild dieser, man könnte fast schon sagen, Seinsverfehlung, aber Gesellschaftszweckerfüllung des deutschen Marxismus. Ja, ich versuche gerade mir das so vorzustellen, da ist so der große Zettelkasten Marxismus-Lingenismus, dann kommen so ein paar das hinterfragende Momente, die einen zum Nachdenken bringen und dann springt ein an, dass es da ja auch noch einen Gramski gab, es wird ein paralleler Zettelkasten angelegt, wo die Gramski-Zitate drinne zunächst gestapelt werden, die ja vom Fordismus als Fortschritt sprechen, es unter den Zettelkästen ist so quasi die plane Ebene des Fortschrittsbegriffs, des marxistisch-leninistischen und auch sozialdemokratischen Fortschrittsdenkens und mit diesem zweiten Zettelkasten, der sich so allmählich füllt, wird dann diese Spur aufgemacht. Ja, aber man fälscht ja schon den Gramsci oder man übernimmt ja schon die Fälschung von Gramsci. Es ist klar, dass die Fordismus-These beruht ja auf diesem berühmten Aussatz von Antonio Gramsci von 1922 über Amerikanismus und Fordismus. Das beuten sie ja alle aus. Aber schon Gramsci selber hatte ja keine einzige Zeile geschrieben zum Henry Ford'schen Judenhass. Obwohl, man könnte jetzt sagen, ja, die Zeit, die Zeit, wusste man das. Ja, man wusste das ganz genau. Ein deutscher Kommunist, Genosse von Rosa Luxemburg, Jakob Walcher, schreibt 1921 ein Buch, das heißt Marx oder Ford. Wobei ich noch wissen müsste, dass der Fordismus damals auch in der deutschen Gewerkschaftsbewegung äußerst populär war. Man sprach auch vom sogenannten weißen Kapitalismus, wo sie Kapital und Arbeit in die Arbeit der Versorgung der Gesellschaft mit Gebrauchswerten friedlich schiedlich teilen. Das war eine Ideologie und es gibt auch entsprechende Literatur aus sozialdemokratischen Gewerkschaftskreisen. Also Gramsci selber macht schon diesen, ich sag mal in Anführungszeichen vermeidbaren Fehler, den andere kritische Kommunisten der späteren August-Talheimer-Richtung keineswegs machen. Also da ist gewissermaßen der Joachim Fürst gleich doppelt blamiert. Erstmal weil er selber nichts geforscht hat, zweitens weil er einem aufsitzt und drittens weil er eine zeitgenössische Erkenntnis, die im historischen Prozess anwesend war, einfach negiert. Das ist absichtliche Erfahrungsverweigerung, um die akademische Reinheit der Kategorien zu retten und weiter zu schützen. und zu diesem Moment, dass bei Kremschke, als er das entwickelt, der Antisemitismus nicht auftaucht, kann man dann wieder zurückgehen in das, was wir vorhin hatten, nämlich dieses Übersehen oder Nicht-Wahrnehmen, diese fehlende Sensibilität in der Arbeiterinnenbewegung dem Antisemitismus gegenüber. Man könnte auch sagen, diesen blinden Fleck. Ja, es ist insofern kein blinder Fleck, weil ja das Verschwinden der Juden als sogenannter geschickfloser Völker ausdrücklich gewollt worden ist. Damit meine ich nicht, Karl Kowski in seinem berühmten Buch 1907 Rasse und Judentum von einem Exterminismus spricht. Aber die Juden sind mit täglichen Ausdrücken eine faule Existenz, die als künstliche Nation vom Geschichtsprozess gewissermaßen hinweg rationalisiert werden müssen. Also es ist kein blinder Fleck, es ist ein Verschwinden machen wollen, hier bei den Sozialdemokraten ein Verschwinden machen wollen, dass man dem Kapitalprozess als Fortschritt gnädig überantwortet, kein Exterminismus, aber immerhin ein Verschwinden machen wollen, das auch systematisch unfähig ist, dem Exterminismus irgendwie zu widerstehen zu wollen. Blinder Fleck scheint mir zu wenig zu sein. Ja, ich sehe, aber es bleibt so ein bisschen noch dieses Moment, es gab Pogrome gegen Juden, und zwar Pogrome mit manchmal Hunderten von Toten, und das ist ja nicht verschwiegen worden, und da hat es schon auch Äußerungen gegeben. Warum ist das als wesentliches Moment eines kapitalistischen Modernisierungsprozesses so übersehen worden? Oder eben, man muss dann doch sagen, verleugnert worden? Rosa Luxemburg hat Artikel über das Massaker von Kishinov geschrieben, aber ich will nicht wissen, wie viele führende Sozialdemokraten in der Art Gustav Noskes gedacht haben, dass hier eine galizische Jüdin auf eigenem Interesse spricht und darum als Marxistin gar nicht ernst zu nehmen ist. Das entzieht sich der Kenntnis, ich kann nur darauf verweisen, dass eben in den Arbeiten von Olaf Kistenmacher, teilweise auch von Edmund Silberner und anderer das Material breit dargelegt wird, wenn auch gerade bei Silberner doch ziemlich begriffslos, aber das Material ist vorhanden. Ich denke, das mit dem blinden Fleck, das unterstellt unzulässigerweise eine organische Sehbehinderung. Aber diese Fixierung auf den Kapitalfetisch und die blendende Macht, die von ihm ausgeht, ist eine selbstgewählte Verblendung. Marx ist in der Frage ja auch keineswegs eindeutig. Einerseits sagt er, das Kapital ist progressiv, weil es als Produktion um der Produktion Willen die Menschheit wie der Willen an die Schwelle des Kommunismus führt. Das ist der Marx, den die Sozialdemokraten und Leninisten beerbt haben. Dann gibt es aber auch den Marx und das ist der , naja, obwohl mir die Rede nicht so gut gefällt, sagt ich es doch mal der wertkritische Marx, der sagt, Produktion unter Produktion Willen heißt vor allen Produktion unendlichen Leidens, unendlicher Opfer. Also es gibt bei Marx im Übergang vom Frühsozialismus zum Kapital Stellen, die sind höchst ambivalent, doppeldeutig, kann man so und so auslegen. Man muss aber, denke ich, das Kapital von seiner Negativität her begreifen und das ist dann theoretisch eigentlich erst in der kritischen Theorie und was den Kapitalbegriff im engeren Sinne betrifft, dann 68 durch die Schriften von Hans-Georg Backhaus und Helmut Reichelt deutlich geworden, diese Negativität, die im Kapitalbegriff im Zentrum zu sitzen hat. Okay. Ja, und wir waren bei der Theorie als Instrumentarium, was du eindrucksvoll zerlegt hast hier gerade. Bleibt die Frage nochmal anders formuliert, wo bleibt dann die Praxis der Kritik im Jahre 2010. Du meinst jetzt ausdrücklich nicht die Praxis der Theorie. Die Praxis der Kritik. Also du hast jetzt nicht unabhängig die beiden Begriffe füreinander eingetauscht. Nein, ich eigentlich eine andere Vorstellung, sagen wir mal, die du nebenbei nochmal schön zerstört hast. Tatsächlich ist es ja nichts anderes als genau das, was du beschrieben hast. Wenn von Theorie gesprochen wird, kommt genau das dabei heraus. Deswegen jetzt die Praxis der Kritik. Die Praxis der Kritik ist die Entfaltung der Kritik. Also der Versuch nach Bestem Wissen und Gewissen und ohne jede Rücksichtnahme den Inhalt dessen, was man für richtig und zutreffend erkannt hat, zu entfalten und das bezüglich aller Aspekte des Lebens in der kapitalisierten Gesellschaft zu entfalten, so wie es eben auch in den Schriften, ich sage einmal der Klassiker, eben vorliegt, wo sich Adorno nicht zu schade ist, sich mit einem solchen Ekelthema wie Okkultismus zu befassen und wo es auch unter einem nicht zu schade sein darf, sich mit solchen Ekelthemen wie Homöopathie, Anthroposophie, Kraft der Steine und diesem ganzen Kleinbürgerspiritismus, der in weite Kreise der Linken bis hin zum Veganertum um sich gegriffen hat, diese ganzen Ekelthemen, die man doch gerne vermeiden möchte, muss man eben aufgreifen und muss versuchen, die Kritik darin zu entfalten, ohne taktische Rücksichten auf mögliche Bündnispartner, auf die Plausibilität, auf das Vorverständnis des Publikums und was die anderen Phrasen sind, mit denen sich Akademiker gerne entschuldigen. Was bleibt denn an dieser Stelle zur Praxis der Straße? Zur Praxis von was? Der Straße. Die Praxis der Straße? Ja. Welche Straße meinst du? Die Schanzenstraße? Die habe ich jetzt weniger im Auge. Also ihr seid, das soll hier am Ende der Sendung dann auch nochmal gewürdigt werden auf einer Veranstaltung, leider wohl auch am 6. November den gleichen Termin wie die Veranstaltung, die du vorhin schon angekündigt hast, zur Kritik der deutschen Verhältnisse und auch, wenn ich das richtig und hoffentlich sehe, zur Kritik der antideutschen Programmatik in den letzten 20 Jahren. In Bremen soll diese Veranstaltung stattfinden, dort gab es am 3. Oktober oder am 2. auch eine große 3.000 Leute umfassende Demo, zu der nachher nicht viel mehr zu lesen war, als dass man endlich mal wieder als autonomes Großereignis in Erscheinung getreten sei. Das war schon mal anders, da war schon mal deutlicher formuliert, Womit man es in Deutschland insbesondere und nicht nur in Nationen zu tun hat. Daran sieht man das eben auch die antideutsche Kritik nicht nach Maßgabe eines sich ständig akkumulierenden sogenannten Lernprozesses sich vollzieht. Das war der Begriff, nachdem ich die ganze Zeit gesucht habe. So wird Theorie jetzt wieder... Das hauft ja ganz gut hin. Man könnte ja ganz nüchtern frustriert und enttäuscht sagen, der Erfolg der antideutschen Kritik besteht darin, dass sich endlich Akademiker gefunden haben, die auf Kosten der Rosa-Luxemburg-Stiftung einen BAK-Shalom aufgemacht haben. Das ist doch ein großartiger Erfolg. Ich verkneife mir ein Schmunzeln. Dass die Israel-Kritik nun auch wissenschaftsfähig geworden ist und zu weiteren Studienanlass gibt es doch wunderbar und es ist auch ganz wunderbar, wenn man etwa dieser Tage stattgefunden haben, den Israel-Tag in Frankfurt besichtigt, wo ja auch Linke antideutschen beteiligt haben, wo sich das Ganze auflöst in Folklore und Völkerbeschnuppern. Das ist ein großartiger Erfolg und woran das liegt? Nun ja, vielleicht liegt es an einer doch aller Aufklärungsarbeit von Leuten wie Johannes Agnoli, der nun auch bald zehn Jahre tot ist, dass es nicht gelungen ist, diesen Fetisch des Politikmachens angemessen dem angemessen Herr zu werden. Wobei ich nicht verschweigen will, dass natürlich der Kritiker in der Not sein eigenes Leben irgendwie bewältigen zu müssen, natürlich auch für solche Angebote in die ideologische Staatsapparate aufzusteigen, nicht ganz unempfänglich ist. Vielleicht liegt es daran, ich weiß nicht so recht, aber das wäre ein Punkt, ja, den man vielleicht auch ansprechen kann bei der Konferenz am nächsten Samstag in Bremen, wogegen es aber kein Palliativmittel gibt, zumindest wüsste ich keines, weißt du eins? Nein, außer sich vielleicht auch ein bisschen zu fragen, ob es nicht nur die ideologischen Staatsapparate, sondern auch die ideologischen Szeneapparate und Mechanismen und so weiter sind, die dazu auch so ihren Teil beitragen. Eine Befürchtung, die ich auch mit dieser Veranstaltung verbunden hatte. Ich meine, für Freiburg könnte ich das in einem lokalhistorischen Diskurs, das war ich auch schon Diskurs, in einem lokalhistorischen Exkurs problemlos bestätigen und illustrieren. Das ist zweifelsohne richtig, dass natürlich der Umschlag von Kritik in das Milieu und in die Gemütlichkeit der Kritiker auch ein konformistisches Potenzial in sich enthält. Gegen das aber auch niemand gefeit ist, weil die Einsamkeit ist nicht ein großes Problem und man darf sich nur daran erinnern, dass einmal der französische Philosoph Blaise Pascal gesagt hat, das ganze Unglück der Menschheit kommt nur daher, dass die Leute es nicht allein in einem Zimmer aushalten. Vielleicht handelt es es sogar um eine anthropologische Grundtatsache, ich weiß es nicht. Ich würde doch als noch ein Gegenmittel dagegen sehen, sowas wie denkende und kämpfende Kollektive zu bilden. Das wäre vielleicht dann nochmal wieder ein anderes Thema, weil wir sind am Ende unserer Stunde angekommen. Denkende und kämpfende Kollektive. Dieser Einsamkeit dann eben auch zu entgehen und trotzdem bei der Sache zu bleiben, ein bisschen pathetisch. jetzt will ich nicht fragen, wie der Name deiner Stammkneipe ist. Naja. Joachim Bruhn, vielen Dank für diese Stunde. Ja, gern geschehen. Ich hoffe, das wirkt jetzt nicht abgewürgt. Nein, überhaupt nicht. Dankeschön. In der Recycling-Sendung des heutigen Abends sprachen wir mit Joachim Bruhn vom Saira-Verlag und möchten bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, dass Joachim Bruhn am 6. November am kommenden Wochenende in Bremen spricht. Und wir wollen auch noch verweisen auf eine Vorankündigung beim Saira-Verlag im Dezember wird dort erscheinen ein Buch von Jan Gerber Nie wieder Deutschland Die Linke im Zusammenbruch des realen Sozialismus Vorankündigung mit folgendem Text Nie wieder Deutschland Unter diesem Motto mobilisierte die außerparlamentarische Linke im Mai 1990 nahezu strömungsübergreifend auf den Frankfurter Opernplatz um gegen die Wiedervereinigung zu demonstrieren Als wenige Monate später der zweite Golfkrieg begann war diese ungewohnte Harmonie vorbei Eine Minderheit solidarisierte sich unter Verweis auf die Bedrohung Israels durch irakische Skat-Raketen mit den alliierten Truppen am Golf Die Mehrheit versuchte die Gewissheiten die sie durch den Untergang des Ostblocks verloren hatte durch die Parteinahme für das Bath-Regime zu retten In den Monaten zwischen dem Fall der Mauer und dem zweiten Golfkrieg verloren nicht nur die dominanten innerlinken Abgrenzungsbedürfnisse des 20. Jahrhunderts ihre zentrale Bedeutung Es wurden zeitgleich die Grundlagen der Auseinandersetzungen gelegt die die außerparlamentarische Linke die nächsten 20 Jahre prägen sollten Dieses Buch das im Dezember erscheint im Saira Verlag Jan Gerber Nie Wieder Deutschland beantwortet vielleicht auch die am Schluss dieses Gesprächs etwas offen gebliebenen Fragen sehr empfehlenswert wie es aus dieser Vorankündigung zu entnehmen ist vorankündigung vorankündigung zu die vorankündigung die vorankündigung ist die vorankündigung Vielen Dank.